Ja, das wäre ja viel zu frei. Warte mal. Wenn ich da hingucken, habe ich drei Frames weniger. Kann mir das mal jemand erklären? Na ja, eine Sekunde. So, ich wollte mal gerade hier zur Synchronisation machen. Ja, warum schiebe ich das denn jetzt? Ah, ich verstehe. Weil die hier jetzt nicht mehr lang kommen. Ach, warum? Warum probiere ich das? Warum mache ich das überhaupt noch? Warum kann ich die nicht einfach lassen? Hallo? Ach, beziehungsweise es ist ja ihr Gebäude. Also ihr Haus. Fällt mir gerade so ein. Demnach Sollten wir natürlich es auch so behandeln wie die anderen Häuser von ihr. Hey. Sie da. Sie sind tot. Sind sie sich wirklich sehr... Sag mal gut. Sag mal. Woher bist du? Sag mal. Kein Licht. Sag mal. Ich höre ihn doch schon. Sag mal. Sag mal. Ich glaube, das ist du, oder? Hey. Ah. Hä? Come on, man. Let's go. Boah. Ich verstehe. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Das war jetzt kein allzu großes, aber... Das entwickelt sich so eben zu einem allzu großen. Oh, fuck. Eine Sekunde. Was geht denn jetzt hier vor sich? Warum seid ihr auf einmal so viele? Nein. Ey. Machen sie zu. Machen sie jetzt wieder auf. Danke. Oh, danke Gott. Und danke dir, Mister. Hier sind die Kiste. Ich vergesse, wo ich parkte, Betsy. Aber da ist ein Scherper auf der Kiste. Sind Sie sicher, dass du nicht mitkommen bist? Ich habe alles, was ich für dieses Leben machen werde. Jetzt geh'n. Geh'n. Wir werden einfach gut. Na dann. Wenn sie meinen. Jetzt gehen wir hier Zombies töten. Yeah. Ähm. Soll ich wirklich schießen? Warum nicht? So. Ach ja. Okay. Machete. Das ist Jagdmesser. Mach... Ich kann die scheiß Machete nicht aus. Wenn so, endlich. Ich glaub', das wird eng. Warum... Warum passe ich da nicht durch? Danke. Wenigens passe ich irgendwie durch. Oder irgendwann, besser gesagt. Das sieht aus wie ein Viersitzer. Das ist super. Ist aber nur ein Zweisitzer. Nee, ist es nicht. Es war ein Viersitzer. Wow. Wow. Okay. Kuppé. Leckere Kuppé. Okay. 1998. Da war der Verbrauch noch niedrig. Inventarplätze leider kurz nur 10. Warum sind das nur 10? Warte mal. Was? Nein. Wir haben ja nur ein... Wir haben nur ein Viersitzer. Nein. Nein. Das Fahrzeug ist scheiße. Komm, das Fahrzeug ist scheiße. Es ist scheiße. Es hat... Es hat weniger Inventarplätze. Es hat weniger Überlebendenplätze. Das ist auch unfair. Was soll denn der... Fick dich. Fick dich. Das kann nicht sein. Ich kann nicht schon wieder jemanden zurücklassen. Das tut einem im Herzen weh. War es fallen lassen? Nein. Nein. Was habe ich gerade fallen lassen? Nein. 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 Jetzt kann ich hier noch nicht... Das Spiel ist schon so ein bisschen verpackt, ne? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Wird fallen gelassen. Wird fallen gelassen. Ne. Ne, 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 ne. Übertragen. 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 Warte. Den müssen wir wieder zurückholen. Was haben wir noch? Leuchtweil, komm. So. Fallen lassen. Okay. Weiter zur Karte. Mit der und überlebenden passen, ne. Ach, verdammt. Zurück. Die Überlebenden, mein Freund. Ich weiß nicht, ich mag ihn eigentlich. Beschäftigung, Seegewerk... Aber ich mag sie nicht. Flugsanitäterin. Vorzugt Schrotflinten. Ich mag die eigentlich... Oh, Mann. Also, ihn will ich auf jeden Fall behalten. Er ist gut. Als Polizist... Immer praktisch. Ne, ne, ne. Komm, bitte wieder mal ins Team. Er hat... Klingenwürfen leicht. Der darf natürlich am besten. Ich lasse ihn zurück, weil... Klingenwaffen... Klingenwaffen hin oder her. Hin oder her, genau. Okay, starten wir. Wir haben... Ja, kann ja, mani... Indische Musik... Klingenwaffen... 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 Ach so. Weiter vorne ist ein Überlebender zu hören, der von Beißern angegriffen wird. Anhalten und helfen. Ignorieren sie den Überlebenden. Anhalten und helfen. Also ganz eindeutig. Ich bin persönlich da... Ich bin da ziemlich... Äh... Altmodisch, meine lieben Damen und Herren. Ich will da immer helfen. Immer helfen will ich. Immer helfen. Übertragen. Und now let's do this. Wie machen wir das jetzt am besten? Machen wir das jetzt hier ein auf... Boah, scheiß drauf. Machen wir einen auf Scheiß drauf. Ja, meine lieben Damen und Herren. Diesen Platz hier kennen wir auch schon. Aber jetzt haben wir erstmal... Ein ganz minimales Problem. Aber genauso war das ja auch geplant. Hey. Hey. Dich, mein Freund... Habe ich ihm getötet. Und dich... Mein... Äh... Und euch, meine Freunde... Töte ich jetzt. Na komm. Junge, ich schneide dir den Arm ab. Habe ich... Kein Problem mit. Na, was machst du jetzt? Hä? Ich schneide den noch mal ein zweit. Und noch mal. Ah. Mit der Arme. Hä, warum ist er denn jetzt tot? Ach. So, auf jeden Fall auf... So, auf jeden Fall auf jeden Fall tot. So. Hallo. Na? Oh, ist ja schön. Ah, ist ja schön. Mein Name ist Ahmad. Mein Grupp wurde durch einen Walker-Attag getötet, während ich rauskollte, Suppeien. Okay. Ich bin all das, was noch ist. Lass mich mit dir kommen. Glaub mir, ich werde mein Weight abholen. Lass mal schauen. Folgt der mir jetzt? Schade. Wäre irgendwie cool gewesen. Aber wer... Wenn er hier sagt, Vorräte gesammelt. Aber ich sehe hier keine Vorräte. Und ich finde es schade, dass das wieder der gleiche... Also, den Platz hier hatten wir jetzt wirklich schon mal. Und das finde ich ein bisschen blöd. Also, diese... Diese so... Ja, komm, wir verwenden das einfach noch mal. Stonmunition. Auto. Auto-Treibstoff, genau. Treibstoff. Treibstoff. Brauchen wir immer. Brauchen wir immer. So, ich denke, das war es jetzt. Das sollte es jetzt gewesen sein. Schauen wir uns jetzt erstmal den werten Herren an. Dann wollen wir uns mal schauen. Verstohlen. Schwach. Bye, bye. Okay. Auch wenn er den... Ah, Mann. Alterstechnisch passt er nicht ganz, aber... Äh... Von der Beschäftigung her. Das macht mein Vater auch. Aber das interessiert mich hier nicht. Äh... Naja. Oh. Es war mir eigentlich so klar, dass wir den dann mitnehmen können und der uns nichts bringt. Aber hey, es hätte jetzt auch ein Supersoldat sein können. Also von daher war das vielleicht ganz gut, dass wir das gemacht haben. Okay, weiter Treibstoff verbrauchen. Dann geht's schon... Und zwar irgendwann der Treibstoff leer, aber hey. Das Sommerfestival. Lehmann-Hellzug mit seinen spektakulären Feuerwürgen. Werkt große Menschenmaßnahmen. Das ist eine Werkstatt, wo es vielleicht Vorräte gibt. Sammelschansche. Sammelschansche. Durch die Werkstatt gehen oder doch nicht. Durch die Werkstatt gehen oder doch nicht. Leute, ich weiß es nicht. Wir betreten einfach den Ort. Denn hey. Was kann denn Schlimmes passieren? Passieren. Außer, dass wir sterben. Sterben. So, aber ich kann hier jederzeit verlassen. Das ist super. Okay, dann durchsuchen wir jetzt hier schön die Werkstatt nach Ressourcen. Den Ort hier, meine ich, kennen wir auch schon, aber... Hey. Es ist egal. Also es ist jetzt, finde ich, wirklich egal. Ich weiß es, ein bisschen Levelverwertung. Das macht Call of Duty seit ein paar Jahren schon. Nichts gegen Call of Duty, aber ist halt nochmal so. Hat die Multiplayer-Level auch in anderen? Wo war das? Wo haben wir das denn verwendet? Au. Ah, da war der schneller, als ich dachte. Der kleine Schmarotzer. Jetzt habe ich nicht ein Problem. So, hier. Oh. Die Köpfe fliegen vielleicht ein bisschen krass hier hin und her. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, also jetzt. Okay. Ich will mir jetzt hier auf jeden Fall erstmal Benzin holen. Mir gefällt, dass die Schattenbildung einigermaßen, wie sag ich mal, realistisch so ist. Haben wir eigentlich selbst einen Schatten? Ne, wir haben selbst keinen. Okay. Das ist ein bisschen schade, aber zum Beispiel habe ich eben so aus dem Augenwinkel gesehen, dass der Kopf, der abgeschlagen wurde, hier hinten halt noch als Schatten gezeigt wurde. Fand ich persönlich jetzt, also finde ich persönlich immer wieder nice. Allgemein, wie viel, ähm, also das Licht, das macht eine Menge von der Grafik aus. Das ist einfach so. Ähm. Ja. Ja, ne. Er beginnt ja schon beim Empfinden des Menschen. Oh, fuck. So. Oh, fuck. Ich muss vielleicht mal wieder ein bisschen vorsichtiger jetzt spielen erstmal. Ich mach's aber auch. Also, wenn wir gleich bei dem nächsten, äh, Punkt ankommen, wird dann auch ein Cut gemacht. Also, auf jeden Fall. Oh, man muss ein bisschen Treibstoff, ist immer, ist immer praktisch, Treibstoff mitnehmen. Hier in dem Spiel, ganz eindeutig. Ich meine, schlecht kann's nicht sein. Gotcha. Also, so ein Zusammenbruch ist nervig. Weil man da nicht entscheiden darf, ob man's jetzt macht oder nicht. Ich meine, hier darf ich jetzt sagen, ach, ja. Ne, ich hab jetzt nicht so viel Lust. Wieder schön abgetrennt, schön sauber. Und leise. Das gefällt mir ja so gern, äh, das gefällt mir ja so gern. Das gefällt mir ja so an, ähm, dem Charakter Daryl allgemein. Der macht alles schön leise. Er ist nicht so der, der Typ, der da drauf losballert. Hier. Ja. Ich sag mal, der, der chillt. Der, der chillt sich da einfach zusammen, ne. Hat da seine, äh, sein Messer, seine, äh, Armbrust und, äh, ja, macht alles kaputt. Lass mich nicht quer, kommt kaputt. Vor allem, der trötet einfach jeden Beißer mit seiner schönen Armbrust. So, mein Freund. Ah, ist jetzt doof, ne? Ups. So. Hey. Hey, du. Boah, der Kopf kam entgegen. Ey. So. Also, ich muss sagen, mir macht das Spiel grad richtig Spaß. Ich mach mir wirklich. Ist grad auch irgendwie keine nervige Passage oder so gewesen. Das meinten auch viele. Also, am Anfang ist es total beschissen, total langweilig. Aber dann später wird's besser. Und das find ich gerade auch. Also, jetzt, ab jetzt wird's eigentlich besser. Ich bin immer noch ein bisschen abgefuckt, dass ich das andere Auto nicht hab. Aber hey. Weiter zur Karte. Ja, weiter. Okay. Jo, neben Straße. Komm. ZZ. Ja, ich kann nicht warten, wenn wir auf der Karte kommen. Wenn wir nach der Karte kommen kommen, können wir in der Karte kommen kommen? Ja, sicher, werden wir. Die Savage-Sons Motorcycle Club ist eine liebende Karte. Ja, sie sind es. Don't get your panties all in a bunch, son. Shit, you see that? Hundreds of them, like a damn Walker Convention. They're headed straight for the club. We gotta stop them or we'll never make it. Okay, wir sehen uns nach dem Ladestream nochmal wieder. Okay, Leute. Ähm. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Wenn es wieder heißt, äh, Let's Play Warzy, äh, Warzy, genau. The Walking Dead, ähm. In diesem, also wir machen dann hier weiter bei Lehman Hill und alles, ne? Also in diesem Sinne, licorium down, ciao, Leute. Ciao, Leute, voll, ne? Bis zum nächsten Mal, euer Hubert Schubert. Tschüss. Habe ich jetzt eigentlich meinen in diesem Sinne licorium down-Satz gewartet? Ach, egal, ich bringe einfach nochmal an. In diesem Sinne, licorium down, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Hubert Schubert. 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 Bis zum nächsten Mal, euer Hubert Schubert.